Was alles in Concept.me steckt? Concept.me ist ein komplettes Einrichtungssystem mit unglaublich vielen Möglichkeiten. Damit wirklich jeder Mensch in wirklich jeder Lebenssituation seinen Lieblingsort findet. Sein Schlafzimmer. Wie das geht? Ganz einfach. Concept.me ist ein Schlafzimmersystem, das sich immer perfekt anpasst. Ganz gleich, ob man sich für eine Kompletteinrichtung aus einem Guss entscheidet oder für einen schönen Einzelschrank, der mit den bereits bestehenden Möbeln harmoniert. Oder lassen Sie uns über das Äußere sprechen. Unsere Oberflächen, die einem als allererstes ins Auge fallen. Auch davon haben wir so viele, dass der Schrank immer wieder anders aussehen kann. Anders ausgedrückt, immer ganz nach Ihrem Geschmack. Bei unseren Schränken gibt es viele Wege zu Ihrem ganz persönlichen Traumschrank. Schnell und einfach geht's, wenn Sie sich für einen fertigen Komplettschrank entscheiden. Oder aus einzelnen Elementen individuell planen. Alles ist möglich. Denn die Möglichkeiten sind wortwörtlich endlos. Und selbst bei der Höhe können Sie ein Wort mitreden. Wenn Sie auch gerne um die Ecke denken, statt nur von Wand zu Wand, dann machen Sie das doch einfach. Selbst beim Öffnen lassen wir Ihnen alle frei halten. Oder finden Sie Ihre Kleidung blitzschnell mit Drehtüren. Beides zusammen in einem Schrank? Bitteschön, auch kein Problem. Und was für unser Äußeres gilt, gilt natürlich auch für unser Innenleben. Absolute Freiheit und absolut große Auswahl. Unser absolut großartiges Schrankzubehör. Kommen wir zu unseren Betten. Und Sie ahnen es schon. Sie sind genauso vielfältig konfigurierbar wie alles bei Concept.me. Beim Zählen der Möglichkeiten haben wir übrigens kurz vor unendlich aufgegeben. Puh, Wahnsinn. Ein Detail wollen wir hier aber nicht vergessen. Neben vielen unterschiedlichen Längen und Breiten, bieten wir auch viel Sitz- und Liegehöhen. Bis hin zur beliebten Box-Springbettenhöhe. Und dann noch unsere Kommoden. Dürfen wir Ihnen jetzt nochmal kurz unsere Kommodensammlung zeigen? Und noch ein paar Exemplare. Natürlich alle in allerbester Qualität und mit tollen Funktionen, wie zum Beispiel der leisen Schubladenfunktion Soft Closing. Diese vielfältigen Möglichkeiten, diese ganze Einrichtungswelt von Concept.me ist nur dazu da, um für wirklich jeden und für jede Lebenssituation ein passendes Schlafzimmer zu finden. Also für Sie. Die Karte der 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 K